So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben ein Thema, das beschäftigt gerade alle Leute. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache heute ein Video darüber. Dann habe ich gedacht, ach nee, heute ist doch Donnerstag. Gestern hätte ich Raid am Mittwoch machen müssen. Habe ich nicht, wegen dem neuen Raid-Boss. Also muss ich heute Raid am Mittwoch am Donnerstag machen und ich mache das einfach morgen. Jetzt haben aber so viele Leute darüber geredet und alle drehen gerade durch, dass ich gedacht habe, morgen ist auch wieder zu spät. Und morgen ist ja dann schon wieder, geht ja schon wieder Joto, das Joto-Event los. Und am Wochenende ist schon wieder Safari und dann ist schon wieder dieser Snuppel-Feldforschungs, begrenzter Forschungstag. Und es ist schon wieder so viel. Man kommt überhaupt nicht hinterher. Deswegen mache ich jetzt noch ein Video. Ich habe mir vorgenommen, immer wenn ich so Infovideos mache, wo wir uns eh hier was angucken, kann ich das ja in diesem Streaming-Format machen. Dann ist der Ton auch besser, dann muss ich nicht ins dunkle, böse Schlafzimmer. Ich möchte euch ganz kurz mal was zeigen. Und zwar hatten wir es heute in unserer Gruppe darüber, wo wir uns über Raids abstimmen. Wo wir über unsere Raids abstimmen. So, der Xtreme hat nämlich da was gepostet von diesem neuen Poke-Münzen-System und dass man Münzen auch ohne Arenen bekommen kann. Die Meinungen waren da schon gespalten. Ihr seht ja hier auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Vorbelastet hat auch gesagt, schlecht finde ich. Der Gefer meintet dann, ist doch geil. Kann man easy jeden Tag die 55 Münzen machen. Aber ist das so easy? Man weiß es nicht. Vorbelastet sagt nämlich auch, zwei Münzen pro Stunde ist nicht so nice. Denn ihr wusstet ja, bisher war es immer so, man hat sich in eine Arena gesetzt und alle 10 Minuten hat man glaube ich eine Münze bekommen. Dass wenn ihr nach einer Stunde rausgeflogen seid, habt ihr trotzdem sechs Münzen bekommen. Dass ihr ungefähr 8 Stunden, 40 sitzen musstet, um die volle Anzahl Münzen zu bekommen, nämlich 50 Stück. Und wenn man sich also abends gesetzt hat, über Nacht und ist frühs rausgeflogen, hat man eigentlich locker seine 50 Münzen bekommen über Nacht durch Arenen. Deswegen waren viele dran und süchtig, so wie ich, zu sagen, ich muss noch Arenen machen. Ich muss noch meine ganzen Viecher da rein setzen. Fertig. Jetzt gibt es die Leute, die machen keine Arenen oder haben keine Möglichkeit, Arenen zu machen. Die finden das natürlich interessant, wenn sie hören, sie können auch aus Aufgaben jetzt Münzen bekommen. Aber, Gefer schreibt hier wieder, die Arenen werden eh uninteressant, wenn ich das richtig lese, weil auf die neuen Wege machen sich die Münzen ja eigentlich von alleine. Abwarten, ne? Denn das ist das große Rätsel. Damit sind noch nur fünf Münzen machbar pro Tag. Sicher? Steh doch da. Es ist so ein Durcheinander gewesen und alle sind verwirrt. Dann gab es noch andere Sachen. Dann haben wir nochmal einen Text gelesen von Niantic. Und jetzt ist die Bombe auf jeden Fall geplatzt. Denn hier steht ja auch nochmal, Niantic hat nun bekannt gegeben, dass es nicht jeweils fünf Münzen für die Aktivitäten geben soll, sondern fünf für das Abschließen aller Aufgaben zusammen mit den 50 möglichen Arena Münzen. Würde dies dann 55 am Tag bedeuten? Diese Pläne stoßen nun sofort auf heftige Kritik, da fünf Münzen für die vielen Aufgaben sehr wenig wären. Außerdem würde dies bedeuten, dass man zum Erreichen von 50 Arena Münzen nun sogar dreimal mehr Pokémon hineingesetzt müsste, um genug Zeit zu erreichen. Und das ist auf jeden Fall der größte Quatsch, was ich auch gar nicht verstehe. Denn sie haben das Arena-System ja schon mal umgeändert. Wo ist es jetzt hin? Hier. Wir machen das mal drauf. Am Anfang war es ja wirklich so, ihr habt diesen Abhol-Button gehabt. Ihr habt halt Pokémon in eine Arena gesetzt. Und pro Arena habt ihr also zehn Münzen bekommen, in der ihr gesessen habt. Ihr konntet einmal am Tag auf Abholen drücken, um Münzen abzuholen. Und je nachdem, in wie vielen Arenen ihr gesessen habt, habt ihr eben Münzen bekommen. Wenn ihr jetzt rumlauft und habt euch in fünf Arenen gesetzt, habt auf Abholen gedrückt, habt ihr 50 Münzen bekommen. Jetzt hatte ich immer, als ich im Netto Feierabend hatte, bin ich von oben runterwärts gelaufen, habe alle Arenen auf dem Weg gemacht und wenn ich meine zehn Arenen zusammen hatte, habe ich abgeholt. Habe meine 100 Münzen bekommen. 100 Münzen am Tag. Das war auf jeden Fall heftig. Problem ist, man durfte halt nur einmal am Tag abholen und wenn man abgeholt hat, musste man wirklich 24 Stunden warten. Ihr konntet also nicht, wenn es nach 0 Uhr ist, dann einfach einlösen, wie ihr wollt. Ihr musstet halt, wenn ihr 17 Uhr eingelöst habt, konntet ihr am nächsten Tag frühestens 17 Uhr auch erst wieder einlösen. Und dass ihr jeden Tag um genau dieselbe Uhrzeit diese zehn Arenen besetzt, um dann in dem Moment abzuholen, das war wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also, viele Leute kamen auch und haben gesagt, okay, ich gehe da oben lang, ich laufe da runter, jetzt habe ich es alles, jetzt will ich es abholen. Und dann sind die schon wieder aus zwei anderen rausgeflogen, so sind sie wieder zurückgelaufen, haben das wieder gemacht. War auf jeden Fall richtig komisch, dann haben sie das reduziert, dass ihr halt nur noch 50 Münzen am Tag bekommen könnt, da haben alle erst einmal gehatet. Obwohl man sich daran gewöhnt hat, weil zwei Tage Münzen ist trotzdem ein freier Raidpass. Hat also im Endeffekt gepasst, viele haben sich daran gewöhnt, es war auf jeden Fall viel, viel leichter Münzen zu bekommen, wenn man sich einfach nur neun Stunden in die Arena gesetzt hat, fertig. Jetzt haben diverse Seiten auch, wie man hier sehen, berichtet. Guck mal da hin, wir gucken zuerst mal hier drin. Ne, wir gucken hier, weil das habe ich zuerst gefunden. Pokémon Go will mehr Münzen verschenken. Doch Trainer sind richtig wütend. In Pokémon Go gibt es Ärger rund um die Einführung eines neuen Systems, um an Pokémon-Münzen zu kommen. Mhm, 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 jetzt gut, das ist immer, bei meinen MMO ist es immer so geschrieben, für extra Dumme, das wurde angekündigt. So kommt man an die Münzen, so funktioniert das, so, und was heißt das jetzt, und wo liegt das Problem? Das wird kritisiert. Man liest dann eigentlich vieles doppelt und dreifach, aber ihr seht auf jeden Fall, es soll jetzt Aufgaben geben. Ich sag gleich vorweg, ich fände es nicht schlimm, wenn man jetzt Aufgaben einführt, zusätzlich, dass Leute, die nicht die Möglichkeit haben, Arenen zu machen, durch bestimmte Aufgaben sich auch Coins zu verdienen. Dass jetzt aber das System mit den Arenen umgeändert wird, schon wieder, und ihr jetzt sozusagen 25 Stunden sitzen müsst, um die Coins voll zu haben, keine Ahnung, schon müsst ihr halt wieder, schon müsst ihr halt wieder mehrere Arenen einnehmen, oder ihr könnt halt erst alle zwei Tage dann abholen, um wirklich dann das voll zu haben. Es ist auf jeden Fall nicht ersichtlich, warum sie das geändert haben. Das eine, was jetzt ganz genau funktioniert hat, hätten sie doch einfach so lassen können, und hätten einfach zusätzlich für Leute, die keine Arenen machen, Aufgaben eingeführt. Jetzt haben alle gesagt, wie Gefa auch, boah, das ist doch übelst easy, hier landet einen fabelhaften Wurf, kriegst du 5 Coins, dann entwickelst du ein Pokémon, schon hast du 10 Coins, dann machst du noch einen großartigen Wurf, hast 15 Coins und so weiter und so fort, ne. Dass man mit diesen ganzen Aufgaben ja spielend einfach auf die 50 Münzen kommt, wenn man aktiv ist. Ich als Aktiver entwickle aber zum Beispiel nicht jeden Tag einen Pokémon. Das ist wieder eine Aufgabe, die hätte ich komplett vergessen. Ich würde dann jeden Tag irgendwelche Aufgaben machen, dass ich an meine Münzen komme, aber ich würde nur ein Pokémon entwickeln, wegen diesen Aufgaben, aber nicht, weil ich sowieso jeden Tag eins entwickle. Ich meine, ein Pokémon fangen, einen guten Wurf, das geht sicherlich von alleine. Eins verschicken, hm, mache ich auch nicht jeden Tag, einen Raidgewinn. Wenn man täglich seinen Raidpass raushaut, funktioniert das auch. Jetzt ist ja aber eben aufgekommen, dass ihr, wenn ihr alle Aufgaben abschließt, kriegt ihr 5 Münzen zusätzlich. Und das heißt, von wegen, mit diesen Aufgaben kriegt man spielend einfach die Münzen voll. Nee, mit diesen ganzen Aufgaben verdient ihr insgesamt 5 Münzen. Und wenn es eben zu dem alten System zusätzlich 5 Münzen gegeben hätte, okay. Aber warum denn? Ich verstehe es nicht. Ich habe mir die Berichte selbst aber noch gar nicht durchgelesen. Ich habe nur den Hate und die Frustration gelesen. Und viele haben gesagt, das ist doch voll cool und so. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dann ist das wirklich der größte Mist, den sie hätten machen können. Aber das wird ja nur getestet. Und ich glaube, wenn alle durchdrehen, dann werden sie das gar nicht wirklich so ins Spiel bringen am Ende des Tages. Wir gucken trotzdem nochmal hier. Der Weg, um an die 50 Bogenmünzen zu kommen, bleibt gleich. Ihr könnt dafür weiterhin Arenen verteidigen. Und wenn ihr rausgeschmissen werdet, gibt es die 50 Münzen. Vorausgesetzt, ihr habt lang genug drin gesessen. Wo natürlich jetzt die Zeit also erhöht wird. Ihr müsst halt länger sitzen. So soll es aber auch weitere Wege geben, um an 5 zusätzliche Münzen zu kommen. Ganz entsprechen, ganz gemütlich von zu Hause. Ein fabelhafter Wurf. Da werden die meisten auch wieder dran scheitern. Ein Pokémon entwickeln. Ein großartiger Wurf. Wahrscheinlich, wenn man den fabelhaften macht, ist der großartige und der gute. Auch mit abgeschlossen. Bären nimmt man ja eh meistens bei einem Raid-Boss. Einen Schnappschuss machen viele auch eigentlich, weil sie gerade Farbigel noch bekommen wollen oder ihre Medaille voll. Fangen tut man ja jeden Tag auch eins. Ein Power-Up. Ihr müsst jeden Tag dann also ein Power-Up bei einem Pokémon machen, was auch irgendwo dann in den Sternenstaub geht. Lande einen guten Wurf, verschicke eins, gewinne einen Raid. Wenn ihr alle Aktionen, die an diesem Tag verlangt werden, erfüllt, habt ihr die 5 zusätzlichen Münzen. Und ich meine, in diesem Artikel steht es ja direkt auch schon so drin. Es reicht also nicht, wenn ihr nur eine der oben genannten Aufgaben abschließt. Und das ist, was der Gefer wohl sicherlich dachte. Ihr entwickelt ein Pokémon und kriegt dafür 5 Münzen. Easy. Easy. Nix easy. Schwachsinn. Ihr macht das alles und kriegt 5 Münzen. Und die anderen 5 werden euch noch weggezockt. Ja, da vergleichen sie das. Wo liegt das Problem? Man soll nur noch 2 statt 6 Pokémon-Münzen pro Stunde in der Arena erhalten. Man muss also nicht mehr 8 Stunden in der Arena sitzen, sondern 25 Stunden. Ihr müsst also deshalb mindestens 2 Arenen pro Tag halten. Ihr könnt die 50 Pokémon-Münzen auch nicht durch die oben genannten Aktionen erhalten. Dort gibt es nur die zusätzlichen 5. Und genau das ist halt der große Kritikpunkt. Die meisten sagen, sie wollen auf die 5 zusätzlichen Münzen verzichten. Wenn man weiterhin so leicht an die 50 bisherigen Münzen kommen kann. Was ja aber nicht so ist. Andere verstehen die Anpassung gar nicht. So sagt Java Damson auf Reddit. Wie kann man es Balancing nennen, wenn man die Möglichkeit auf 5 leicht verdiente Pokémon-Münzen gibt und dafür die maximalen Arena-Münzen von 8 zu 20 Stunden auf 25 Stunden Verteidigungszeit verändert. Jetzt wird sogar gefordert, dass man das Arenasystem gleich lassen soll. Die Quests einfach oben drauf geben, während man das Maximum von 50 Münzen pro Tag gleich lässt. Trainer können aussuchen, auf welchem Weg sie ihre Münzen verdienen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich weiß nicht, ob ihr täglich eure Münzen bekommt. Ob ihr täglich euch in Arenen setzt. Ich glaube, in den meisten Gruppen, wo ich so unterwegs bin, sagen die Leute sowieso jedes Mal, ja, ich finde das gut. Da muss man endlich weniger rein-cashen. Und das sagt mir, dass die eigentlich immer alles kaufen und jetzt darin eine Möglichkeit sehen, zu sparen und viele, viele, viele Coins zu bekommen. Aber es bleibt ja weiterhin so, dass man den Großteil der Coins eben nur durch die Arenen bekommt. Nur, dass es jetzt schwieriger ist, die durch die Arenen zu bekommen, da ihr eben jetzt länger sitzen müsst und mehr Arenen halten müsst. Und das kann doch eigentlich für niemanden jetzt ein Vorteil sein. Und die Leute, die sowieso keine Arenen machen, die immer reingecashed haben, die würde es vielleicht nicht so interessieren. Ich habe mich aber auf jeden Fall jeden Tag gesetzt und immer abwechselnd gesetzt. Wenn ich dann wusste, meine Gelben sitzen da und da, setze ich am nächsten Tag da die Blauen rein, dass die Gelben rausfliegen, setze die Gelben da, wo die Roten waren, dass die Roten rausfliegen, setze da dann aber noch irgendwo die anderen Blauen, also Blau, Rot, Gelb, hin und her. So haben die sich im Kreis gedreht, immer gegenseitig wieder rausgeschmissen. Hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Hier wird sicherlich nochmal dasselbe stehen. Fünf zusätzliche Poggemünzen Australien testet. Und das ist es ja. Sie testen. Also, einfach mal chillen. Das muss nichts heißen. Auch wenn jetzt alle durchdrehen gerade. Hier sind ja dieselben Sachen dabei. Und sie nehmen sich natürlich das Feedback an. Beide Systeme werden verglichen. Kritik, Verbesserungsvorschläge. In unseren Augen sollte das aktuelle Arena-System bestehen bleiben, wie es ist. Bam. Das ist eigentlich auch der beste Satz und der Abschlusssatz, den man so nehmen müsste. Aber, ich meine, wenn heute 1. April wäre, würde ich verstehen, dass da so eine Aussage rauskommt, dass da so eine Ankündigung rauskommt. Ansonsten verstehe ich es halt nicht. So ein Ärger. Viel um nichts. Wunderbar. Ich weiß auch gar nicht. Im Endeffekt ist das Video eh überflüssig. Ich denke mal, wir werden alle die gleiche Meinung haben. Jetzt, wo man wirklich weiß, dass es nur um diese fünf Münzen geht, bei den Aufgaben, dass da wirklich keiner irgendwo einen Vorteil drin sieht. Ich denke mal wirklich, dass alle sagen, was ist das? Lasst das bitte sein. Aber egal, schreibt ihr mal eure Meinung darunter, wie ihr das findet. Ob ihr überhaupt euch Münzen holt, setzt ihr euch jeden Tag in die Arenen. Habt ihr sowieso mehrere Arenen am Start jeden Tag und euch würde das zugutekommen? Oder sagt ihr, wie würdet ihr es denn machen? Was habt ihr für Ideen wegen Münzen verdienen? Schreibt es mal unten rein und ob ihr halt Arenen besetzt. Und das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin.